Na, habe ich Ihnen zu viel versprochen? Und ist das ein Motor? Alle Verschleißteile neu und Checkheft gepflegt. Und wirklich nur 20.000 gelaufen? Gefahren, 20.000 gefahren. Wollen Sie mal die Haube zu machen? Machen Sie, machen Sie. Satt. Der Wagen sieht wirklich sehr gepflegt aus. Ist er auch. Hat auch nur einen Vorbesitzer. Und zwar mich. Und Sie können davon ausgehen, dass ich für mich und meine Familie auf einen sehr gepflegten Wagen Wert lege. Klar, deshalb haben Sie auch so viele. Aber jetzt mal unter uns. Für uns Männer. Das Lederlenkrad, CD-Wechsler, Klimaanlage und die Alufelgen. Meine Frau liebte den beleuchteten Schminkspiegel und meine Kinder die Getränkehalter hinten. Und jetzt mache ich Ihnen ein Angebot, was Sie nicht ausschlagen können. 32.000 Euro. So wie der Wagen hier steht. Und ich lege noch einen Satz Winterreifen oben drauf. Und jetzt Sie. 32.000 Euro. Da kann man nichts sagen. Ich nehme ihn. Eine gute Wahl. Also, viel Spaß damit. Der gehört jetzt Ihnen. Mit allem drum und dran. Hey, schicker Wagen. Sind wir bald da? Ja, wir sind gleich da. Ich glaube, unsere Mama will wieder nach vorne.